hallo freunde und willkommen in diesem video nur ganz kurz mit ein paar einfache lösungsansätze wenn unser desktop hier mal einfriert so dass wir wieder das startmenü aufrufen noch irgendwelche apps auf unsere taskleiste hier anklicken noch irgendwas anders machen können wenn der windows explorer also warum auf immer einfach nicht mehr reagiert das ist übrigens eine exe datei die wir auf unserer systempartition hier unter c in den windows ordner finden explorer exe das ist die datei die einfach automatisch mit windows mit startet genauer gesagt startet dieser prozess wenn ein benutzer sich anmeldet ja und eben die benutzerumgebung ladet so zu sagen ja so dass der desktop hier startmenü taskleiste und so weiter uns angezeigt werden wenn unser desktop mal einfriert hilft sehr oft einfach nur den prozess neu zu starten wir müssen also nicht den rechner komplett neu starten manchmal sind da irgendwelche dateien oder dokumente noch offen gespeichert werden müssen wenn wir die rechner aber komplett neu starten dann sind diese weg oder zumindest die änderungen wenn wir pech haben und nun will ich euch aber schnell ein paar möglichkeiten zeigen genau gesagt zwei den windows explorer also durch das prozess neu zu starten dann funktioniert meistens jedenfalls alles wieder die einfachste möglichkeit ist ich schließe das jetzt mal natürlich über den task manager den können wir aufrufen entweder mit steuerung alt delete hier entfernen task manager auswählen ja oder eben mit steuerung umschalttaste oder hochstelltaste und escape taste dann poppt unsere task manager hier direkt auf hier auf dem reiter prozesse und irgendwo haben wir unter windows explorer da ist unser prozess wir können einfach markieren rechte maustaste neu starten und schon startet unsere windows explorer neu und meistens funktioniert auch wieder wir können natürlich den prozess auch einmal hier komplett killen und nochmal starten task beenden hier ich mache das jetzt einfach mal dann sieht es hier so aus ja manchmal gibt es das problem auch nach dem anmelden dass dieser prozess irgendwie hängt dann sieht dass unsere desktop so aus also dass die umgebung die benutzer umgebung wird uns nicht angezeigt dann geschließe das jetzt und können wir auch einfach den task manager hier aufrufen und hier haben wir datei neue neuen task ausführen einfach explorer schreiben enter und schon wird unsere benutzer umgebung hier angezeigt das ist die eine möglichkeit oder die andere möglichkeit über die kommandozeile auch cmd genannt das können wir uns hier aufrufen und einfach das dieses befehl hier eingeben enter und schon startet der explorer neu und wie gesagt meistens funktioniert auch schon wieder und unser problem ist gelöst genau das war es auch schon alles ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wenn ihr fragen oder einfach ein kommentar hinterlassen über ein like und ein abo freut mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal